21stump Street 21stump Street 21stump Street 21stump Street Hallo und herzlich willkommen in der 21stump Street Ich bin gefragt worden unter einem meiner Videos und zwar ist das ein AliExpress Haul Video gewesen Da hat Mach mal nach DIY Sani geschrieben Die Stanzen sind toll, kannst du nicht mal eine Karte mit den Feen zaubern würde sie echt interessieren wie die Feen ausgestanzt aussehen Dazu habe ich diese Karte gestaltet mit Hintergrundstempeln, das ist ein Gastgeberenset und vorne drauf so ein bisschen Vintage gehalten, bisschen Distress den Rand ja, halt so, bisschen Vintage Der Grund dazu, das passt ich finde es passt nicht zu dem Innenteil das seht ihr gleich auch, aber ich wusste einfach nicht, was ich oben drauf machen sollte Irgendwie fehlte mir die Idee und eigentlich, naja, vielleicht passt es auch doch ein bisschen so und jetzt zeige ich euch den Innenteil Da sind die Feen Der Hintergrund ist gewischt mit Aquamarinen und mit Fahnengrün und das ist so eine Pop-up-Karte die sind auch ganz einfach, wenn ihr da mal eine Erklärung von haben wollt, wie das funktioniert dann kann ich euch da auch gerne mal eine Anleitung machen, weil das wirklich ganz einfach ist aber eigentlich ja, gibt es da auch schon genügend Anleitungen für hier habe ich noch so dieses Set verwendet ja, voller Farben da habe ich halt auch gestempelt und auch hier mit den passenden Framelits dann ausgestanzt und da sitzen die Feen von AliExpress genau und wenn ihr wissen wollt, wo es die Feen gibt dann müsst ihr das Video gucken AliExpress Haul und zwar der Erste und da sind die Links auch zu den Feen und die gestempelten Feen, die habe ich von die hole ich euch mal mitnehmen weil die sind nämlich auch richtig schön die gestempelten Feen, die sind von Dieter Schnäppchen Ecke aber ich glaube, die gibt es auch bei AliExpress aber die sind aus Dieter Schnäppchen Ecke da wird auch noch ein Haul kommen da warte ich nur noch auf eine Lieferung und da mache ich halt einen großen Haul genau so so sieht sie ausgestanzt aus und halt verwendet und mir gefällt die Karte sehr gut wie gesagt, das obere es geht ganz glücklich bin ich dann auch nicht so mit meiner Farbwahl mit dem unteren Karton das wäre vielleicht auch besser gewesen das in Wildleder zu machen glaube ich, das wäre glaube ich auch ein bisschen schöner geworden aber gut jetzt ist es so genau da möchte ich euch noch gerade zeigen wie man diesen hier vorne habe ich zum Beispiel das Papier, das ist Wildleder und das habe ich nochmal geteilt ich habe das auch schon mal gezeigt dass man Papier teilen kann dazu nehmt ihr euch einfach Cardstock und das gibt dann halt hinterher ja nochmal so ein extra Effekt und gerade mit dem Wildleder Cardstock da sieht das dann hinterher aus tatsächlich wie so ein bisschen wie Leder oder irgendwie so also ihr müsst das erstmal so ein bisschen die Fasern brechen vom Papier und dann kann man das sollte man das das ist manchmal ein bisschen was fummeliger aber es geht auf jeden Fall und mal besser mal schlechter aber es geht ihr seht man kann das auseinander teilen manchmal geht es auch ein bisschen besser dass die halt die Farbe das besser aneinander bleibt vielleicht muss man es weniger brechen aber ihr seht und dann gibt das also wirklich einen ganz tollen Effekt vorhin ist mir das besser gelungen hier habe ich hier schon mal so ein Teil also einfach so ein bisschen knüsseln und dann auseinander ziehen und dann kann man das also wirklich wunderbar auseinander ziehen und dann hat man halt mal abgesehen davon dass das Papier dann noch länger hält weil man mit einem Bogen mehr machen kann also gerade wenn man irgendwie da seht ihr also nur an einer Seite am besten die Faserbrechen und dann könnt ihr das halt in zwei Stücke teilen und das reicht ja für so eine so einen Hintergrund zu machen für so irgendwie sowas reicht das ja mal alle Male und wenn man jetzt noch so einen Rahmen haben möchte denn die Stanze ist ja das ist eine Handstanze dann muss man einfach zwei Stücke extra ausstanzen wo hier jetzt leider ein Stück fehlt wo hier jetzt leider ein Stück fehlt okay da so und die werden einfach in der Mitte geteilt einmal in der Länge und einmal in der Breite oder in der Höhe oder in der Höhe Länge und Höhe ich weiß nicht ihr seht ja wie ich das gemacht habe so dann brauchen wir noch einen wo dann halt der Sprut drauf kommt und die kann man jetzt jetzt muss man sich natürlich entscheiden wie groß möchte ich den Rahmen haben und aber das das seht ihr ja dann auch ne dann setze ich den auf also gerade hier diese die eignet sich also wirklich gut dafür ähm so weil man die schön übereinander setzen kann durch die Wellen die da ja schon da sind kann man das eigentlich ziemlich gut übereinander setzen was ich jetzt gerade überhaupt nicht sehe weil es sind komische Farben ich sehe immer wieder nichts ne ok da ja und wenn das dann fertig ist dann habt ihr halt einen Rahmen und je nachdem wie gesagt der wird jetzt etwas kleiner hier der Rahmen das seht ihr schon wenn man das jetzt weiter nach äh äh außen legt die da dran macht na ihr seht das na wenn man das da übereinander legt ich habe es jetzt ziemlich eng übereinander gelegt dann hat man eben einen kleinen Rahmen und wenn man es weiter auseinander legt jetzt hat man eben einen größeren Rahmen wie man es gerade macht ja ich weiß nicht was ich da jetzt falsch gemacht habe aber also den falschen so und dass da jetzt in der Mitte ein Loch ist das macht ja nichts weil das wird ja aufgeklebt und dann hat man einen Rahmen und das finde ich immer das schöne an diesen Handstanzen man hat halt relativ schnell einen Rahmen man kann ihn auch noch wie gesagt in der Größe ein bisschen variieren ihr seht ja hier ist also ein etwas breiterer Rahmen weil ich einfach die einzelnen Stücke breiter mehr Platz dazwischen gelassen habe aber es geht auch ein kleiner genau muss man einfach nur enger zusammen so das war mein Kraft-Update ähm ja ich hoffe ihr hattet Spaß am Zuschauen und ähm der mach mal nach DIY Sunny hoffe ich dass die Karte aufgefallen hat und du jetzt eine Idee bekommen hast ähm wie die Feen aussehen und was man mit den Feen machen kann ich wollte die ursprünglich dazu benutzen ähm am Fenster also eine kleine Feenlandschaft zu machen also alle in schwarz ausstanzen und einfach irgendwie so am Fenster verteilen dafür müsste ich aber Fenster putzen und dazu habe ich im Moment überhaupt gar keine Lust deswegen gibt es einfach nur ein Kraft-Update mit einer Karte so okay dann vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören und bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss